Ich habe immer an Zahlen geglaubt, an die Gleichungen, die Gesetze der Logik, die zur Vernunft führten. Aber nach lebenslangen Bestrebungen dieser Art, frage ich, was ist die Logik in Wahrheit? Wer entscheidet, was Vernunft ist? Meine Suche führte mich durch das physische, das metaphysische, das wahnhafte und wieder zurück. Und ich habe die wichtigste Entdeckung meiner Karriere gemacht. Die wichtigste Entdeckung meines Lebens. Nur in den rätselhaften Gleichungen der Liebe kann man irgendwelche logischen Gründe finden. Ich bin heute Abend nur deinetwegen hier. Du bist der Grund, weshalb ich bin. Du bist mein einziger Grund. Danke. Und wir sind in den Rätselhaften. 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 Ich bin heute Abend. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020